recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft und zwar hat es auf dem damakash server ein update gegeben zur version 1.9 das musste ich dann auch machen und wie ihr seht ist das pack das ressourcen paket was ich hatte nicht kompaktibel und ich musste ein anderes nehmen und ich habe mir eins ausgesucht was naja so aussieht dieses jetzt hier halt und ja da ist norden ok sind schon nicht aus so eine dritte brücke davor ok hammer also man sieht es sieht eigentlich ganz nett aus schauen wir weiter wir haben jetzt auf jeden fall hier den bäume gemacht und da komme ich nicht dran und jetzt wollen wir mal gucken dass man ein bisschen hier blätter abmachen dass noch ein paar setzlinge kriegen dafür doch einer runter ok sieht ganz nett aus da unten liegt noch einer dann nehmen wir mit müssen vielleicht draufstehen wenn wir da noch was erreichen wollen das war noch den vierten kriegen sehr schön wenn noch einer kommt dann gibt es denn wie viel neu noch werde komme ich nicht dran geht dann aber es nein kurz weg machen und dann müssen wir mal einen anderen baum noch nehmen da kommen wir dran können wir da mal jetzt kurz ein sitzling runter fallen da war er doch oder ne ja klappt nicht ok dann holen wir uns da draußen auf dem baum da ist ja auch noch einer was von den vierten sitzen jetzt mal kriegen da ist gut dann würde ich sagen bauen dann auch gleich hier hin einer muss woanders hin schwarzeichen letztlich da muss er hin oder sollte wachsen die axt machen wir da machen wir da da ist noch einer den brauchen wir auch ab alles gut so schon jetzt müssen wir ein bisschen holz noch sammeln ist klar ok holz noch was weg na gut und springen links ich kann den kriegen wir auch noch oder na also so haben wir abgeerntet mhm gerade ein bisschen was essen ne jetzt haben wir noch nicht mal genug gut gut was tun wir jetzt gute frage wir wollen das dach eigentlich weiter bauen haben wir schon angefangen hier ist auch noch irgendwie so eine treppe oder was ne das ist komisch jetzt mal da von innen hoch keine ahnung aber wenn wir hier genug um das zu bauen das aber auch wo noch mal nicht weiter und auch wo 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 das ist ja jetzt hier weiter und hier geht es aber auch nicht weiter jetzt auch wieder nicht da ist die dachkante alles klar und hier ist sie zu ende die dachkante lassen wir mal hin gut dann müssen wir natürlich noch arbeiten und zwar nicht hier das heißt wir müssen wieder runter damals nicht dran gedacht gut dann machen wir das gerade hier vorne jetzt noch mal richtig das ist jetzt das was ich brauche wir müssen erst breiter machen so und ja noch so jetzt nur noch stufen so einer ist dann noch okay das reicht aber erstmal die steine dahin und dann nochmal die das oder wieder hochkommen so das hat geklappt jetzt müssen wir nur gucken dass wir das hinkriegen tja jetzt bin ich mir nicht ganz sicher wie das sein muss ich muss dazu noch einen mehr bauen so und den muss ich jetzt da hin machen wenn ich den da hin mache dann habe ich jetzt die richtige ecke genau so und da bauen wir jetzt diesen dinger da erstmal hin so geht's ist er so richtig ich glaube schon ne gucken wir uns mal an ist denn mit dem sand da drunter geblieben oder weggeräumt mehr haben wir noch drunter das war das war dann nochmal verkehrt so das war auch nicht richtig naja ist jetzt egal ja das war schon noch hin so hier müssen wir noch weiter arbeiten so dann wieder dahin sitzen und wieder stufen setzen passt wenn wir die alten dinge abmachen so haben wir sie aufsammeln so beim nächsten mal geht das nicht mehr glaube ich glaube jetzt muss auch der direkt da drunter bleiben glaube ich wissen tue ich auch nicht aber ich glaube zwei kann ich abbauen vielleicht drei oder vier aber ich krieg sie wahrscheinlich nicht runter weg ok so das wird jetzt nicht mehr anders gehen ähm ja da müssen wir wieder den Sand hinsetzen da setzen wir den auch hin vorübergehend wird der da auch hinkommen so jetzt haben wir keinen Sand mehr aber wir wollen ja auch das hier erstmal machen gut das hat jetzt im Prinzip geklappt und wir müssen jetzt hier was wegnehmen weil das da ja offen bleibt weil das da ja offen bleibt und so so sieht jetzt allerdings ein bisschen komisch aus dann ne oder das würde bedeuten wir bauen hier nicht weiter oder was jetzt ich von hier gucke würde ich sagen das reicht dann aber auch das heißt wir machen den wieder weg ja ich denke mal das bleibt so ok gehen wir mal runter und das ist falsch da geht es runter gut hat geklappt ohne Verletzung so gucken wir uns das mal von hier drüben an wie das aussieht ja der erste Eindruck ist eigentlich ganz gut wir müssen gucken ob wir den Turm nicht auch noch da oben die Steine weg machen dann ne gut vom weiten ist der erste Eindruck ganz gut ich glaube das machen wir so das wird so werden ja ich denke schon jetzt mal noch gucken dass wir das alles abbauen aber das Chorist muss erst so bleiben gut dann würde ich sagen recht herzlichen Dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss